Herr Bundespräsident, ich halte in meinem Leben die Urschrift des Grundgesetzes und darf Sie bitten, die ich in der Verfassung vorgesehen enthalten habe. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seiner Nutzung mehreren Schaden von dem Land. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes, wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissen haben, erfüllen und Gerechtigkeit, den jeder manchen würde, so war mir das heute. Herr Bundespräsident, Sie haben den Vordergrund der Recht gereistet, die Strafregulierung des Kassels im Namen des deutschen Bundestages, des Bundesratels und des deutschen Volkes. Sie haben den Vordergrund der Beiträge in der Verfassung vorgeschlagen. Das ist ein Wohle des Bundesratels und den Vordergrund der Verwaltung des Bundesratels. Vielen Dank. Vielen Dank.